Es ist als schönes Spiel bekannt, aber sind wir ehrlich, es ist ein kompliziertes Spiel, Leute. Fußball, Soccer, wie man's nennen will, ist wie das Leben. Ich denke, in der nächsten Saison haben wir eine echte Chance. Tut mir leid, Thomas, hat dir das niemand gesagt? Du, du bist gefeuert. Die gute Nachricht ist, du hast zwei Optionen. Option 1, das ist deine aktuelle Situation. Oder? Amerikanisch Samoa. Ist das euer Ernst? Wir haben nicht ein einziges Tor in der Geschichte unseres Landes geschossen, seit wir eine Fußballmannschaft haben. Tor! Sie haben wieder getroffen. Meine Güte, was für eine Demütigung. Merkt euch meine Worte. Ab jetzt wird sich das ändern. Ich besorg uns einen neuen Trainer. Schon was zu trinken? Whisky, Bier, Wein? Ja, das haben wir alles. Was wollen Sie? Whisky, Bier und Wein. Und man kann mit Sicherheit sagen, ihr habt null Talent oder Verständnis für das Spiel. Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ja, er ist weiß. Sie haben den härtesten Job auf der Insel. Alles, was ich will, ist ein einziges Tor. Nur ein Tor. Kommt schon, Leute! Dafür haben wir zu lange und hart gearbeitet. Sie sind erst ein paar Tage hier. Bast! Ich kann mit Ihnen nicht arbeiten. Für die ist das, ist das nur eine Art Spiel. Es ist ein Spiel, Thomas. Das ist es, Jaya. Das ist Führung. Jetzt machen wir Fortschritte. Lieber Gott, danke, dass du uns Mr. Rongan geschickt hast. Wir haben uns sehr an ihn gewöhnt. Es ist so, als würde man ein kleines, verlorenes, weißes Kind im Einkaufszentrum finden und ihm sagen, wo es hin muss. Take a chance on me Roger, 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 Roger.